Mama? Ja? Ich komme hier an das Spiel nicht ran. Kannst du mir bitte helfen? Da oben hat Mama die Süßigkeiten versteckt. So, jetzt aber. Mama, ich will keinen Pullover mit einer Kaulquappe. Das ist keine Kaulquappe, sondern ein Wal. Manno, ich will aber einen Pullover mit einer Kaulquappe. Schatzi, vorsichtig, nicht drücken. Okay, ja, ja. Oh, oh. Nicht drücken. Oh.